Die Martin-Niemöller-Gesamtschule ist eine ganz besondere Schule für mich, auch aufgrund ihrer Lage, im Herzen Schildisches, mit dem Obersee vor der Tür. Aber nicht nur die Lage ist etwas Besonderes, sondern auch das vielfältige Angebot, was wir als Schule für alle zu bieten haben. Wir fördern und fordern ihre Kinder und geben ihnen Raum und Zeit, um sich individuell entfalten zu können, damit sie ihren bestmöglichen Abschluss erreichen. Die Martin-Niemöller-Gesamtschule hat eine Menge zu bieten für ihre Kinder. Wir haben einen musikalischen Schwerpunkt mit einer Blazerklasse. Klasse 5 kann ihr Kind ein Musikinstrument lernen, kann in der Bigband mitspielen. Wir haben einen kulturellen Schwerpunkt, sind aktive Teilnehmerin bei den Kulturagentinnen, haben eine Kooperation mit dem Stadttheater. Die MNGE ist digital toll ausgestattet. Wir haben viele Schülerinnen- und Schüler-Tablets, haben WLAN im ganzen Gebäude. Ab Klasse 7 kann ihr Kind Informatik wählen und wir haben das Fach Medien und Sprache, wo sich die Schülerinnen und Schüler kritisch mit Medien auseinandersetzen sollen. An unserer Schule lernen ihre Kinder ohne Druck und werden intensiv begleitet, auch über die Klasse 10 hinaus bis zum Abitur. Wir lieben und wir leben Schule. Gesamtschule ist mehr als nur Lernen in den einzelnen Fächern, sondern im Rahmen unseres Ganztagsangebotes eben noch viel mehr. Wir begreifen Bildung ganzheitlich, wir haben im Mittagspausenangebot beispielsweise die Möglichkeit, dass ihre Kinder töpfern können, dass ihre Kinder klettern können oder zusammen mit dem GAFA-Team lernen, wie Bühnentechnik aufgebaut wird. Wir haben ein Schulzoo und vieles andere mehr im sportlichen, im künstlerischen Bereich, wo eben die Möglichkeit besteht, da mitzumachen und vor allen Dingen zu Erfolg zu kommen. Ich finde es toll, dass wir viele Mittagsangebote haben und dass die Lehrer nett sind. Wir haben ein entspanntes Verhältnis mit den Lehrern, deswegen können wir alle zusammen gut arbeiten. Jeder wird individuell gefördert. Ich bin gerne an der MNGE, weil ich hier viele gute Freunde und eine starke Gemeinschaft gefunden habe. fourth der niche befestigt wird das Haus befestigt wird in unseremeren Stammer. Am one shaus? Das habe ich gezinbt. Mittags immer wieder Gonnassen Sie mich. Bis zum nächsten Mal.